Ja, und da würde ich nochmal das aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast mit dem Journaling ist halt, es geht eben, das finde ich eigentlich die beste Metapher des Ganzen, dass man diesen fruchtbaren Boden schaffen möchte und dann kann alles daraus wachsen. Also so Voodoo das auch klingt, aber das ist so, es kann dann alles daraus wachsen, weil man schreibt ja hoffentlich regelmäßig und wie wir es ja schon oft in unserer Journaling-Folge auch gesagt haben, das ist ja eine Sache, die macht man nur für sich selbst. Also da geht es nicht darum, dass das mal irgendwie am Ende des Quartals abgegeben wird in der HR-Abteilung, dass es dann überprüft wird, nein, also der Punkt ist genau das, was du gemeint hast, es geht darum, dass man sich selber das wert ist, drüber nachzudenken, mache ich das, was ich potenziell könnte. Also da geht es ja auch um die eigene Entwicklung oder selbst das, womit bin ich unzufrieden, anstatt dass man eben zu Kollegen geht und die ganze Zeit ablästert. Also das wird ja nur so ein Teufelskreis. Wenn man aber dieses Journal vor sich hat und dann schreibt man an einem Tag, hey, eigentlich bin ich für den Teil dankbar und schreibt aber am nächsten Tag, naja, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden oder das ist gar nicht gut. Dann hat man ja schon sehr gut die Seiten abgesteckt, dann weiß man, was finde ich gut oder was ist etwas Positives für mich und wenn ich das mal aufgeschrieben habe, so hey, damit war ich eigentlich nicht zufrieden, naja, das ist ja der wichtigste Schritt. Also da geht es ja nur nicht darum, dass ich das sofort kommunizieren muss, sondern da geht es darum, ich habe das für mich selber mal so weit ausformuliert, dass ich sagen kann, ja, mit dem Punkt bin ich unzufrieden und dann arbeite ich mich an dem voran. Und wenn ich das mal eine Woche mache und jede Woche schreibe, das möchte ich, was ich besser machen möchte oder wofür ich dankbar bin, dann wird das, dann wird das, das Entwicklungsrat wird sehr, sehr schnell unheimlich positiv. Wie du es auch gesagt hast, dann hat man für sich selber etwas Gutes getan, weil man sich damit beschäftigt, wie es einem überhaupt geht. Und ja, wie du es gesagt hast, das Wesentlichste wird vermutlich die Arbeit sein, die sehr, sehr vieles beeinflusst, ob man das bewusst oder unbewusst sieht, aber es wird so sein, einfach nur, weil man damit zu viel Zeit verbringt. Und genau aus dem Grund müsste man ja viel mehr darauf achten, wie es einem emotional auch geht mit den Dingen, weil, ja, das wirkt sich dann schlimmstenfalls auf alles andere doppelt schlecht aus oder das wird dann dort ausgelebt, das Negative. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass man eben diese Entwicklung auch sehr positiv selbst steuern kann.